Der Amplitude von Robbe Modell Sport ist ein moderner Hotliner in GFK-CFK-Schalenbauweise aufgebaut und wie hier gezeigt in der PMP-Variante bereits mit dem Motor, Klappluftschraube mit Alu-Spinner und 5HV-Servus ausgestattet. Der Amplitude besitzt erstklassische Allrounder-Flugeigenschaften und lässt sich mit den original verbauten Komponenten leicht beherrschen. Wer es etwas schneller möchte, kann den Amplitude in der ARF-Version beliebig ausstatten. Der geräumige Rumpf und die hohe Festigkeit lassen fast keine Wünsche offen. Neben den Querrudern besitzt der Amplitude auch Wölbklappen, sodass er auch sehr langsam und stabil geflogen werden kann. Whew! F کہ das Wölbklappen! Durch die Klappen ist das Landen auf kleinen Plätzen sehr leicht möglich. Der Amplitude ist für den Hotliner Einsteiger sowie für den Profi in puncto Dynamik und Stabilität der absolut richtige Partner.